So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier mal wieder bei Minecraft Feed the Beast Infinity. Wie man sieht, ich habe ein neues Texture Pack drauf gemacht. Das kann ich mir mal kurz zeigen. Das ist hier das John Smith Mod Support Pack. Findet man im Feed the Beast Launcher. Seht eigentlich ganz cool aus. So sieht Rubys Ward aus, okay. Das letzte Mal hatten wir ein paar Probleme mit dem Creeper und mit den Enderminis. Eine Sekunde. Der ganze Krust ist schon da. Das ist Eisen, okay. Ender Palace sieht so aus. Da würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder durch Sprouse Wood, okay. Dann gehen wir erstmal wieder hier rüber. In Twilight Forest und, ach scheiße, ich habe keine Fackeln dabei. Ich mache jetzt hier mal die Fenster rein. Dann kann ich schon wieder zurück gehen und Fackeln holen. Weil das war ja der eigentlich Grund, warum ich in den Minigang bin. Und weil ich, was ich schon total verpeilt habe. Obwohl wir können auch einfach, ups. Ja scheiß drauf, elf. Elf sollten auch gehen. Ui, das Mini sieht jetzt cool aus. Wow. Echt. Waren echt alle Mods? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Lass das Modpack nicht supporten. Also ein Mod passt alles. Kann man derzeit auch mal kurz, ups. Wollen wir den Jetpack wieder laden? Ja okay, der Jetpack wird nicht supporten. Äh, das war der Mod simple. Ne, Jetpack, simple Jetpack. Simply Jetpack. Und nicht supported. Ah, das könnte man eigentlich nur machen. Da ist mir Farbe hin beim Fliegen. Ja, bisschen Energie fehlt jetzt. Jetzt haben wir elf Kohle. Schon fertig. Sticks. Hier vier. Sprousewood Blanks. Die machen wir oder so. Ganz so viele Fackeln brauchen wir eh nicht. Halt. Wo ich mein Chisel. Genau, den könnten wir jetzt machen. Oh, Chisel. Ich habe den Stein nicht angelegt. Ähm, Chisel. Was sieht aus hier wie ein Chisel. Das hier. Okay, wird auch nicht unterstützt. Genauso wenig wie es. Ähm. Welche Fackeln nehmen wir denn für drüben? Wir nehmen die hier. So im chinesisch-japanischen Stil. Asiatischen Stil. Schade, dass die Dias halt an der Decke hängen können. Doch, kann ich. Gut. Moment. Da ist das auch schon geschwätzt. Okay, das sind half sleds. Moment. Okay, ich kann hier an der Decke hängen. Und da habe ich das Glas vergessen. Gut. Man muss ganz normal. So. Das passt dann mal. Schaut da gut aus. Müssen wir mal gucken. Ähm. Wir wollen. Die Ender-IO-Rüstung. Oh, wow, wow. Ja, genau die hier. Die Maschinen. Ja, die sehen auch alle mit dem Mod-Pack ganz okay aus. Bis auf die Spawner. Die sehen ein bisschen verpeilt aus. Naja. Quarry läuft noch. Von dem her. Woops. Autsch. Wollen wir mich jetzt schon anbekommen? Muss ich nicht verstehen. Ähm. Haben wir eigentlich hier noch was drin? Nein. Wie viel Quarz haben wir eigentlich jetzt schon? So. Das Quarz sieht so aus. Okay. Acht Dias. Stick von Natura haben wir. Unser Hammer hat wie viel Glück? Looting 2. Reicht noch nicht ganz. Hops. Und da muss ich mich immer nur entscheiden. Ich würde mal sagen, wir machen einfach den hier. Ups. Einmal hier rüber. Da war doch die, genau, da ist die Truhe. Hammerkopf rein. Was habe ich mit Dash abbaut? Keine Ahnung, ich bin leicht vergesslich. Ähm. Das Schwert brauchen wir nicht. Mit dem Hammer brauchen wir gerade nicht. Ähm. Wir müssen einfach warten, bis die Quarry ein bisschen fortgeschrittener ist. Dann können wir echt gescheite Werkzeuge herstellen. Ironplating brauchen wir auch nicht. Lederbremmern. Das sind alles Schwerter. Ich muss jetzt halt nochmal alles durchgucken, weil ich lege den Texture Pack. Ich erkenne vieles nicht mehr. Was kann ich aus dem machen? Confusing Charge. Concussion. Ich kann es ganz normal zum Braun nehmen. Ups. Das war zweit. Okay. Das war nicht unterstützt. Schade. So. Unsere Quarry läuft. Was machen wir jetzt als nächstes? Wir könnten. Ähm. Was brauchen wir für Dark Steel. Dark Steel brauchen wir Eisen. Pole und Obsidian. Und wir brauchen 29 Stück. VW-Verrüstung. Irgend so was in der Art. Und dann brauchen wir hier die Kristalle. Empowered. Emerald Solving Villager. Da habe ich die gescandert. Ne. Das ist enticing. Hier. Wir brauchen die hier. Und da brauchen wir. Ah. Das hier ist es. Okay. Vibrant Crystal brauchen wir nämlich. Vier. Vier mal für die Rüstung wie man. Oh. Ich so ins Bett. Wie man ja von meinem äh. Dark Wolf 20 Let's Play weiß. Wenn man es guckt. Da habe ich auch die Dark Steel. Armour gemacht. Komm her. Na. Es ist stark. Jetzt haben wir. Bloß den scheiß Ton in die Ohre. Aber der Typ kommt nicht. Äh. Klasse. Äh. Wir haben die drei Welten. Mit dem Jelurium Ocean. Mit. Was war das zweite Welt. Keine Ahnung. Schauen. Okay. Das kann man auch noch gescheit lesen. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ah. Da beamt es sich wieder rum. Da ist er wieder. Na komm her. Dann halt nicht. Ja. Obwohl. Da ist er noch. Hahaha. Mit Dark Enderman Jagen ist nix. Ja. Äh. Wir werden das Jot. Waypoints. Remove. Remove. So. Bis jetzt haben wir noch nix geschafft. Das Haus könnten wir drüben voreinander. Dann. Da bräuchten wir dann Zäune. Äh. Und nochmal Sprouse with Blanks. Äh. Den hier. Sprouse. Das können wir mal in Maschine stopfen. Äh. So rum war es. Oben. Ähm. Dann. Leitern Hammer. Ups. Das holten wir. Dix. Und. Upp. Nein. Ach komm. Verdammt. So. Zäune. 24 reichen nie. Aber ich kann ja drüben nur bisschen Holz holen. Meine Axt. Ist. Ja. Das reicht schon. 1-2 Bäume. So. Dann der Chiselle immer auch dabei. Kann ich Zäune chiseln? Nein. Schade. Das fehlt noch. Und das sieht scheiße so aus. Deswegen müssen wir jetzt erstmal. Deswegen müssen wir jetzt erstmal. Hier einen Rahmen rumziehen. Ey. Die Pilze sehen jetzt cool aus. So. Ah. Scheiße. Das war zu viel. So. Und fertig. So. Das waren jetzt. Äh. Ich weiß ja nicht aufpasst. Hatte ich einen ganzen Stack voll. Okay. Wir hatten viel. Genügend. Jetzt müssen wir erstmal nochmal Zäune machen. Nicht reinspringen. So. 20 Stück. Wird knapp. 20 Stück. Jetzt ist ich glaub besser. So. Ah. Zwei. Und zwei Stück. Ah. Wollen wir die mal wieder zusammen. Ah. Wollen wir die mal wieder zusammen. Das müsste reichen. Ja, da reicht locker. So, Fackeln. Machen wir einfach nur in jede Ecke eine. Äh, was das ist? Steinschwert habe ich auch noch dabei. Ah, Gott. So viel Müll. Einmal kurz was trinken. Äh. Dann würde ich mal sagen, gucken wir hoch zu unserer Quarry. Machen wir Hover-Mode ein. Ah, jetzt arbeitet es wieder. Hat mich gerade gewundert. Und jetzt. Oh, das sah gerade so aus, als ob es eingefroren wäre. Hat der keine Energie? Doch, der hat volle Energie. Äpfel. Können wir mal mitnehmen. Könnten wir auch noch hier einen Barrel bauen. Oh, da haben wir noch eins. Ja, genau. Dann müssen wir halt ab und zu hier die Äpfel rausholen. Und hier ins Barrel stoppen. Mein 8 Stacks Coaliff auf Vorrat. Ich wollte schon mal sagen, dass das passt. Ja, okay. Die Schrift ist jetzt nicht ganz tolle. Ich habe ein 32 auf 32 Gepäck. Obwohl, ähm, Fadeful ist ja eigentlich auch ein 32 Gepäck. Von dem her ist es jetzt nicht so schlimm. Da hat man auch ein paar Zäune gehabt. Ein bisschen Closed Down. Ist er jetzt eigentlich schon auf dem Boden. Es ist nirgends. Ach, Kacke. Hängt es jetzt wieder, weil ich hier bin, ja. Da muss man die Welt neu laden. Egal. Sieht man schon schön auf der Karte, wo jetzt der, äh, der Hügel ist. So. Einmal landen. Ach, deswegen habe ich vorhin einen Schaden gekriegt, oder? Ja. Wenn ich da so durchhüpfe. Schade, dass das nicht funktioniert, dass ich da keinen Schaden kriege. Äh, jetzt wollen wir erstmal wieder alles los. Wackeln. Die nehmen wir wieder mit. Jetzt. Überlegen wir mal, was wir als nächstes machen. Kühe. Wir könnten normal ein paar Mistcraft-Welten bauen. Damit, ähm, damit wir endlich mal eine stabile Welt bekommen. Obwohl, eigentlich kann ich ja in der auf, Jagd nach, ähm, Seiten gehen. Da brauche ich aber nur drei Drohnen. Äh, chest, chest, chest. Habe ich keine Chests hier? Schade. Okay. Eins, zwei, drei. Dass wir mal ein paar Mistcraft-Welten schreiben können. Drei Stück. Dann brauchen wir sechs Eisen. Jetzt sieben, sechs. Was ist das? Sieht Bricks, okay. Sieht so aus. Und, ups. Mäh. Und schon haben wir unser Filling-Cabinet. So, wie weit sind wir denn? 16 Minuten. Gut, dann gehen wir da jetzt noch ein bisschen auf. Seitenjagd. Dazu muss ich mein Inventar noch leer machen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich bloß eine Axt, dass wir ein paar Bücher holen können. Schaufel brauchen wir nicht. Das Schwart brauchen wir nicht. Die gute Axt brauchen wir nicht. Packen brauchen wir. Essen brauchen wir. Das war's. Und dann, los. Halt. Das ist laut falsche Welt. Habe ich da eigentlich Debuffs gehabt? Habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. So. In der Welt gehen wir jetzt mal auf Seitenjagd. Ich habe hier noch gar kein Portal. Map. Die Map setzen wir uns mal, ne. In der Mitte. Dann Jetpack an. Ciao. Augen aufmachen. Dann. Gehen wir einfach mal in irgendeine Richtung. So. Und gucken mal, ob wir. Da. So ein Tempel finden. Ich fliege extra langsam, weil wenn ich zu schnell fliege, dann lässt Welt nicht. Das war flüssige Kohle. Der Leder ist heute Welt nicht so wie es aussieht. Warum kriege ich mal kein, kein Hover-Mode. Naja, ich kriege, doch das funktioniert. Also. Fangsproblem. Es hat gerade gar nichts reagiert. Ich kann mich nicht töten. Hallo. Ich sehe hier gerade gar nichts. Irgendwas sollte mich mal kurz töten. Sonst brauchen wir ewig, bis wir hier rauskommen. Ähm. Scheiße. Wie lange haben wir jetzt? 19 Minuten. Ich brauche erstmal 4,5 Minuten, um mit der Faust hier so einen Block abzubauen. Hallo. Ich glaube einfach mal, ne. Komm mal in die Richtung irgendwie. Ja, wir bewegen uns noch. Also ich sehe auch mein Bild. Gut. Hallo. Da ist ein Zombie irgendwo. Schon mal gut. Ich versuche mich einfach nur gerade umzubringen. Das sieht nachher bestimmt auf dem Video gut aus. Hallo. Ja, gut. Ich stehe jetzt ein Zombie direkt. Nein, der ist nicht direkt vor mir. Hallo. Irgendwo hier in der Nähe ist er. Aber ich sehe ihn nicht. Äh. Ich bin nicht nah genug dann, dass er mich angreift. Doch, jetzt. Also da ist er ja. Film mich. Auf. Danke. Ach man. Jetzt ist hier eh nachts. Ach scheiße. Dann müssen wir nächstes Mal. Also es war folgendermassen da, warum ich gestorben bin. Äh. Mein. Ich habe versucht, Hover-Mode einzuschalten. Das hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, mein ähm. Wie heißt's. Habe ich versucht, mein Kleider auszuziehen. Und das hat dann halt erst ein bisschen später funktioniert. Aber dann war ich schon tot. Ähm. Lass uns mal jetzt gucken. Ah, hier ist schon mal nur Nacht. Oh, zu dunkel. Da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir's machen. Von dem her. Ein Fell jagt der nächste. Jetzt sind wir. Letzte Folge zweimal gestorben. Und diese Folge zweimal gestorben. Machen wir so weiter. Also von dem her. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss.